FFP3. FFP3-Maske. Hast du keine Maske? Ja, dann gib mir einen Zwanni. 10er, dann kannst du rein. Eintritt. Wir haben Tickets auf, dann kannst du auch den ganzen Abend kommen. Oder nimmst du ein Ticket, 10 Euro zahlen, dann kannst du 15 auch was nehmen. Warte, sind Sie mich jetzt? Nein, ich fahre schon was. Essen, Alter, Verzehr von Essen hier in der Stadt nicht erlaubt. Hast du eine Maske? Ja. Hast du eine Maske dabei? Ja. Dann müssen wir das hier durchsetzen. Da vorne, auf der Linie da vorne. Darfst du wieder. Okay, darfst du essen dann. Alles klar? Ja. Aber wie ich sehe, ich heute Abend noch nicht mit Essen. Alles klar? Ja. Gut. Maske, hast du FFP3 auch? Nee, habe ich nicht. Getestet? Genesen. Genesen? Genesenentschein hast du oder was? Ja. Sag mal. Echt? Wofür brauche ich den? Hier für Hagen, komplett. Ehrlich? Äh, ganze Stadtzentrum, ganze. Also ab siebte. Ab heute. Ab siebte? Das wusste ich nicht. Ja. Seit null Uhr. Ja, ich habe keinen Genesenentschein. Ja, vor allem. Okay. Okay. Müsst du den scannen oder so? Nein. Äh, nein. Hast du den Scanner oder was eben? Naja, passt schon. Aber bist du hier gemeldet in Hagen, oder? Okay. Okay. Weil ab morgen darf man ja die Stadt gar nicht mehr verlassen. Ach, genesen bist du. Nicht geimpft. Ja, genesen. Ab morgen darf man die Stadt ja gar nicht mehr verlassen. Hast du einen Test? Ja. Test? Nein. Test? Nein, ist wirklich so. Seine ersten zehn Tests. PCR-Tests, diese richtigen Tests. Ja. Und was würdest du denn kaufen? Kappelsohnen. Hast du eine FFP3-Maske? Nein. Oder Dings, gib mir den Zehner, kannst du nicht mehr reingehen. Scheißegal. Gib mir zehn Euro, dann geht es rein. Nein. Ja. Du kriegst eine Einschränkarte, dann kannst du den ganzen Abend wieder... Oder nicht? Nein, nein, nein. Ich brauche, geh rein. Darf ich nicht? Nein, doll. Ich darf es nicht machen. Kannst du den Chef fragen. Ich darf es nicht... Ich brauche. Ich brauche, geh rein. Ja. Chef! Der will hier rein. Der hat keinen Test. Der hat keinen Test. Und keine FFP3-Maske. Er will einfach rein. Dann musst du dann mit dir Jungs klein machen. Nein, 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 nein. FFP3 auch nicht. Mach auch nur unser Job. Aus dem Essen in der ganzen Stadt heute verboten. Das ist schon ernst, Alter. So, Jungs, hier bitte außenrum. Motivie ist hier. Motivie macht hier. Danke euch, ja. Motivie macht gerade seine Show, ja. Hau ein bisschen hier außenrum. Motivie ist gerade hier. Motivie ist hier einmal Platz machen für Motivie, bitte, ja. Danke euch, ja. Ist Promi, deswegen, ja. Lass ihn in Ruhe. Danke euch, ja. Fotos heute keine, ja. Er hat keine Lust heute. Ah, hier hörst du auch. Komm mal mit. Komm mal mit. Was ist das los? Ah, linke Tasche. Der linke Tasche. Guck mal raus, guck mal raus. Was haben wir da? Ah, bisschen, ne? Hast du vielleicht hier auf die Tür geschaut, ne? Machen wir keine Stimme jetzt? Was? Was? Wir hoffen zu werden, Alter. Wir hoffen zu werden, Alter. Abend, Jungs. Test. 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 Geimpft, getestet. Kommt ihr aus Hagen? Ja. Weil wir hatten heute aus Bayreuth heute so eine Hooligan-Truppe. So, die haben hier alles verbüßtet, deswegen sind wir hier jetzt... Müsst ihr ein bisschen aufräumen, ein bisschen aufpassen. Müsst ihr ein bisschen aufpassen? Müsst ihr ein bisschen auf Ordnung achten? Nein, nur im Grillwechsel. Ihr seid nicht aus Bayreuth? Nein. Ja, die sind ja deswegen. Nein? Tag, Mahlzeit. Mahlzeit. Ihr seid aber einer zu viel, ne? Ihr seid zu fünf. Der Bank dann ist okay. Wenn ihr euch ein bisschen hier in den Park verteilt, sagen wir, einer da hinten, einer auf der Bank hier, einer kann hierbleiben, einer kann da sein. Da hat noch einer rüber und dann fertig. Dann haben wir nichts gesehen. Habt ihr alle Masken dabei? Ja. Auf FFP3? Nein. Nur OP-Masken? Nein, ist okay. Alles in Ordnung. Ich bin getestet dabei. Aber ihr wart das nicht, ne? Gerade, wir haben gehört, da so ein paar Hooligans haben da so den Laden verwüstet, da hinten, da in der Straße. Am Kiosk, am Kiosk da vorne? Ne? Hier vorne? Die Scheibe eingeschlagen? Wir sind heute gar nicht da vorbeinkommen. Wir waren ganz hinten geschlossen. Also, du hast nicht die Scheibe da eingeschlagen? Nein. Ey, alles gut, Jungs, okay. Aber 18 Uhr ist Feierabend hier, ne? Heute geschlossene Gesellschaft. Alles klar, ja. Tschau. Entschuldigung, haben Sie hier nicht gerade was gemacht? Hallo? Ey, lassen Sie mich bitte mal in Ruhe. Hallo? Jetzt fassen Sie mich mal nicht an. Hallo? Ey! Ey! Hör mal auf, der Scheiß, Alter! Hör mal auf, der Scheiß da auf! Halt dich fest, Alter! Halt dich fest, Alter! Halt dich mal fest, Alter! So, der Scheiß, Mann! Ruhig! Ruhe jetzt! Ruhe jetzt! Jungs, die FFP3-Masken. Wie bitte? Hier in der ganzen Stadt, äh, FFP3, FFP3-Maske. Saison? Saison, äh, Monday. Ja? Ab Montag? Ja. Ja? Sollten wir eine Maske mit... FFP3-Maske. Diese, äh... Diese geht nicht ab? Naja, diese mit diesen Gas-Dinger hier, richtig. Ich weiß, ich weiß, wir haben keine Ahnung. Richtig so, hier mit diesen Schläuche und so. Schläuche, alles komplett. Mit Glas-Scheibe. Mit Gas-Scheibe. Mit Gas-Scheibe. Hä? Ja. Machen Sie Spaß, oder? Nein, nein. Das kostet, äh, 90 Euro. Ja, dann sind wir 90 Euro. 90 Euro? Ja. Ja? Ja, gib ihm 90 Euro. 90? Gib ihm mal 90 Euro. Gib ihm 100. Für, für den Stress. 20... 90 Euro, ja? Aber dann musst du kaufen, Maske, ja? Guten Abend, Jungs. Guten Abend. Seid ihr getestet? Ja. Ja. Ihm testen oder was? Test dabei? Nicht Impfung. Tempfen muss. Ja, aber er kann ja den Test machen. Ja, okay. Sei mal hier. Das ist Corona-Athlitz. Einmal kurz hier im Mund ein bisschen. Kann ich leider machen, bitte? Einmal so. Einmal. Ja. Ja, okay. Aber hinten rein, ja? Ein bisschen? Ja, so ein bisschen. Ja, kurz. Ein bisschen. Geht? Ja. Okay, wir stecken direkt hier rein. Ja. Dauert eine halbe Stunde, ja? Halbe Stunde, dann weißt du das Ergebnis. Musst du dir helfen, Marcel? Ja. Halbe Stunde, ja? Halbe Stunde, okay. Reicht das? Ja. Ja, du kannst schon mal raten. Eine halbe Stunde ist das Ergebnis da, ja? 30 Minuten, so, ja? 30 Minuten, okay? Kein Problem. Kein Problem. Was? Ich stehe hier. Was soll das denn jetzt hier, Alter? Willst du dir Spaß oder was? Hä? Was? Was, Alter? Ich stehe hier. Sind wir Kollegen oder sind wir keine Kollegen? Bist du Spaß oder was? Geh mit, Alter. Nein, Alter. Mein Gott. Pass. Pass, Bro. Lass ihn morgen wieder abholen. Hier ist auf diesem Gelände leider zocken. Fußball zocken, Handball zocken, alles verboten. Was? Morgen 15 Uhr kannst du ja den Ball wieder abholen. Aber hier ist Herzen. Ja, leider. Das sind die neuen Regeln jetzt hier auf dem Vorplatz. Ich hätte ja verstanden, ob du hier gespielt haben. Bitte? Ja, wir müssen eine Personalien. Können wir aufnehmen. Dann kannst du morgen den Ball wieder abholen. Ja, es ist leider diese neue Regelung hier für den Platz. Also Handball, Basketball und Fußball ist hier verboten. Tischtennis auch. Ja, ich weiß. Klingt ein bisschen lächerlich, aber ist leider jetzt so. Seit heute 15 Uhr müssen wir das hier durchsetzen. Wurden extra dafür angeheuert. Weil wir hatten hier so eine Handball-Gang, die immer Spiele veranstaltet hat. Deswegen. Seitdem ist das hier ein bisschen strenger mit Bällen. Mit Bällen ist schlecht. Okay. 15 Uhr morgen. Nein, ich möchte keinen Moment wieder. Ja, wird schwierig. War das schon kaputt? Hast du noch was zerstoffen? Nein, ich gebe dir morgen ab. Oh, da ist er. 10 Uhr Pfundbohr, den kannst du abholen. Ja. Hey Jungs. Guck mal mal. Dieses Rumlungern hier, das geht so nicht, ne? Der Togatta hat da vorne rumgestampft. Das waren bestimmt 15 Sekunden. Ja. Wir haben geguckt, wie lange Pämpitz heute offen hat. Ja. Ey, die haben... Irgendwann reingehen oder raus. Rein, raus. Eins von beiden, ne? Weil die Rumlungerei, das haben wir zu oft hier. Da, da, da... Und? Aber habt ihr... Ja? Die Aske? Ja, natürlich. Ja? Natürlich. Ja, nicht mit einer Tasche auf dem Kopf. Das bringt ja nichts, ne? Das bringt ja nichts, wenn ihr die in die Tasche auf. Wollt ihr nicht rein? Nein. Wir wollten da rein. Ihr wolltet doch hier auch rein, oder nicht? Nein, nein, nein. Ja, aber wenn ihr schon da reingeht, dann holt ihr hier auch noch was. Du willst eine Cola rein? Ja, wir können doch nicht mit der Cola von hier. Ja, dann würde ich sagen, erst essen holen. Dann verspricht uns das hier eine Cola, Jungs. Ja, keine Cola, ja. Schwört ihr das? Eistee, Eistee. Eistee. Okay, ich schwör, dass du ein Eistee gehst. Ich schwör, dass du ein Eistee gehst. Ja gut, dann flitz eben rüber, hol dir was zu essen. Nee, dann nicht. Nee, dann lieber nicht. Dann lieber nicht. Okay, okay. Okay, alles klar. Okay, und tschüss. Und tschüss. Ah. Okay, estan. Eistee oder acontecer. Woah mais mit. ularbildung. Pulsor. Gra ACC